Das ist ein Aufruf an alle Tanzbegeisterten da draußen, oder die es möglicherweise werden wollen. Der Welttanzstag 2016 steht unter dem Motto We are family, tanzen für einen guten Zweck. Werdet zum Dancing Angel, werdet zum Tanznägel, der mithilft, dass wir einen großen Erfolg haben, dass wir auch Kindern helfen können. Wir sind auch die Tanzen der Engel. Und ihr sollt auch Tanzen der Engel werden in eurer HDTV-Tanzschule. Alles fließt dem RTL Spendenmarathon zu. Wir helfen Kindern. Mehr Informationen in deiner HDTV-Tanzschule.